Reiß dich zusammen, das ist dein verdammter Job. Verdammt noch mal Emil, was ist denn los mit dir? Du bist ein Spezialist. Jetzt zeig's verdammt noch mal der Welt da draußen. Was machst du denn da? Nix weltbewegendes. Ich hab nur ne verdammt Scheißbombe entschärft. Ich beschlagnahme dann mal deine Spaghetti-Bombonese. Die Spaghetti-Bombonese